Was bedeutet Musik in Ihrem Leben? Was bedeutet Musik in meinem Leben? Musik hat mich natürlich geprägt von klein auf. Ich bin Kind eines Plattensammlers und mein Vater war sehr großzügig mit seinen Platten. Das heißt, wir durften, wir sind ja sechs Kinder und wir haben natürlich auch entsprechend alle Altersklassen immer mal vertreten gehabt. Und alle durften an die Platten und sie auflegen und das habe ich gemacht. Insofern hat Musik schon relativ früh einen großen Platz eingenommen. Das Stichwort sechs Kinder, Familie, Liebe. Man sagt viele Musikerinnen, Musiker sind durch die Liebe inspiriert. Was bedeutet die Liebe in Ihrem Leben? Ich glaube, die Liebe inspiriert alle Menschen, Dinge zu tun und sich auszurichten. Ich glaube, da sind wir jetzt keine Ausnahmen. Wir haben vielleicht die Möglichkeit, uns auszudrücken durch Musik, andere durch Texte. Also, dass ich Dichter oder Filmemacher und Maler. Den Musikerinnen und Musikern sagt man ja immer so ein bisschen das wilde Leben nach. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ist das ein Klischee oder wie hält man es damit in Ihrem Leben? Ich glaube, es gibt beides. Gibt es auch, klar. Also, ich bin jetzt nicht Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Also, in der Kombination zumindest nicht. Letzte Frage. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Wie bitte? Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Gesundheit. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 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 Untertitelung des ZDF, 2020